Im Dezember 2014 waren Sie zehn Tage mit Ihrem Sohn als Kameramann im islamischen Staat unterwegs. Herr Lüder, Sie haben ja in der Gegend studiert, in Syrien. Sie kennen Sie sehr gut. Wie wirken, möglicherweise waren Sie auch schon mal in Mosul gewesen, vor der IS-Zeit, wie wirken diese Bilder auf Sie? Ja, es sind zunächst einmal beeindruckende Bestandsaufnahmen dessen, was da geschehen ist, wie der islamische Staat sich halt ausbreiten können. Und das alles ist natürlich sehr unglückselig. Es hätte alles so nicht sein müssen. Jetzt hat der islamische Staat in der Tat an Gelände verloren, aber ich teile Ihre Auffassung, dass man nicht glauben sollte, er stünde mit dem Rücken zur Wand. Denn er hat das eingepreist. In der Tat, er wird nicht zu besiegen sein. So ohne weiteres, man kann grundsätzlich nicht terroristische Bewegungen mit militärischen Mitteln besiegen, mit Luftangriffen besiegen. Bei diesen Luftangriffen sterben jedes Mal Unschuldige und das ist dann wieder ein neues Rekrutierungsinstrument. Und vergessen wir nicht, es sind ganze Staaten zerfallen in der Region, als Ergebnis von unseligen militärischen Interventionen des Westens. Und das Ergebnis ist, dass wir Millionen von Menschen haben ohne Perspektive. Und solange die Situation so bleiben wird, und das wird noch auf Jahre und Jahrzehnte der Fall sein, haben Organisationen wie diese immer Zulauf. Auch wenn vielleicht der islamische Staat in dieser Form, wie wir ihn jetzt erleben, in zwei, drei, fünf Jahren nicht mehr existieren mag. Aber dann kommt eine neue Organisation, die möglicherweise noch brutaler ist. Denn wenn Staaten zerfallen, dann beginnt die Stunde der Milizen. Herr Dennison, welche Informationen haben Sie dem Film entnommen? Es war spannend, diese Bilder zu sehen. Es war natürlich auch beeindruckend, Ihren Mut zu sehen, da hinzugehen mit Ihrem Sohn. Aber ich habe auch ein bisschen meinen moralischen Bedenken darüber. Es kam mir ein bisschen vor, als ob ein amerikanisches Kamerateam eine Drehgenehmigung bekommen hat, in den Warschauer Ghetto 1945 reinzugehen. Jetzt, die Welt ist Gott sei Dank viel friedlicher heute. Die Zahl der Toten ist viel geringer. Aber diese Verwechslung von Täter und Opfer, in dem man reingeht und man hört dort, wie gut es ist unter einer strengen Ordnung. Man sieht verletzte Soldaten, nicht deutsche Soldaten, sondern ISIS-Soldaten. Man hört eine Rechtfertigung der Sklaverei mit Bezug auf amerikanische Indianer und Sklaven. Man sieht die Folgen von angloamerikanischem Luftbomben-Terror. Aber man sieht keine Massengräber. Und das war für mich das Problem. Sie haben angedeutet, mit den Orangen bekleidet, die in den Wasser gehen, aber ein Massengrab aufmachen und zeigen, was da los war. Die Opfer, ich weiß, Sie könnten das nicht machen. Natürlich ist der Frage immer im Kopf, welche Kompromisse mussten Sie mit der Wahrheit machen, um aus diesem Horror mit Ihrem Kopf rauszukommen. Natürlich behaupten Sie nicht, aber jeder, der ein bisschen überlegt, muss im Hinterkopf haben, welche Wahrheiten haben wir nicht gesehen. Und eine, die ich nicht gesehen habe, ist einfach die Brutalität. Es war gemütlich da. Das Einzige, was sich wirklich gestört hat, waren die Kinder, die aus dem bombardierten Haus geflüchtet haben. Also der angloamerikanische Bomben-Terror. Eine Verwechslung von Täter und Opfer. Herr Totenhofer. Ja, wenn Sie das gemütlich fanden, dann haben wir vielleicht einen falschen, einen anderen Film gesehen. Es war keine Sekunde gemütlich. Ich konnte natürlich keine Gräber selber aufmachen. Das haben Sie ja auch von Peter Börgen nicht verlangt, der mit Osama Bin Laden gesprochen hat. Da wenden Sie ja jetzt ganz merkwürdige Standards an. Ich bin irgendwo das auch müde, wenn man über ein halbes Jahr lang sein Leben riskiert, um diese, ich nenne sie mal Verbrecherbande, zu entlarven und zu demaskieren. Und ich habe zum Beispiel auch Interviews manchmal ganz bewusst laufen lassen, weil ich sie demaskierend finde. Wenn einer sagt, ob das 100 Millionen sind oder 200 Millionen oder 500 Millionen, das ist eine Selbsthinrichtung des IS. Und ich finde, dass es wichtig ist, das zu sehen. Und es gibt ja, das letzte Drittel ist ja ein Gespräch mit einem amerikanischen Islamwissenschaftler, der den IS, was noch übrig geblieben ist nach dem Film, in der Luft auseinander nimmt. Wer nach diesem Film nicht kapiert, dass der IS eine Verbrecherorganisation ist und dass er anti-islamisch ist, weil der Islam verbietet die Tötung von Zivilisten, der Islam verbietet die Zerstörung von Kirchen, Synagogen und Moscheen, der Islam verbietet Angriffskriege, all das verbietet der Islam und all das macht der IS ununterbrochen. Also wenn jemand nach diesem Film und nach dem Buch, es gibt ja auch noch ein Buch, und ich habe ja versucht, mit diesem Buch und dem Film nicht reich zu werden, sondern ich habe mein gesamtes Honorar für Kinder in Gaza und für Kinder in Syrien ausgegeben. Auch das Honorar dieses Filmes geht für Prothesen von Kindern in Syrien, die ihre Beine und Arme verloren haben. 50 haben wir schon versorgt und ich hoffe, es werden weitere 50. Das heißt, es gibt ein ganzes Anliegen dahinter. Und wer das nicht versteht, da sage ich, interessante Ansicht, die Sie hier vertreten, Obama, Ihr Präsident, hat gesagt, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das ausführliche Zitat, Obama hat gesagt, ISIS ist der Nachfolger von Al-Qaida im Irak. Und Al-Qaida im Irak ist die Folge unserer Intervention im Irak. Und ich finde, also ich habe schon eingedeutet, zweideutig, wer ist Täter und wer ist Opfer. Das ist verschlimmert, wenn Sie vereinfachen und diese IS-Phänomen auf amerikanische Kriege reduzieren. Das ist, als ob wir Ausländer und Einwanderer für unsere Probleme schuld machen. Oder Islam. Die Amerikaner sind so wenig an diesen Problemen schuld als die Europäer. Denn ich glaube, diese Probleme fingen vielleicht nicht mit Adam und Eva an. Aber Herr Totenhöfer, Sie müssen ehrlich sein. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Gründung von Israel, das war nicht Amerikas Schuld. Amerika hat 1945 einen Scherbenhaufen geerbt. 500 Jahre haben die Europäer ausgebeutet, ausgeraubt und ermordet. Und seit 1945, trotz Fehler in Korea und trotz Fehler in Vietnam, ist der Welt viel besser geworden. Und wenn wir jetzt sagen, dass ISIS ist von Amerikanern verursacht... Obama würde nie so eine Vereinfachung darstellen. Ich zeige Ihnen die Vereinfachung. Dennis, darf ich Sie mal ganz kurz hier unterbrechen? Die Ursache ist natürlich auch eine wichtige Sache. Warum gibt es in den IS? Aber wir sind im Moment noch bei der Wirkung des Filmes. Ich würde das gerne noch mal aufnehmen. Ist es richtig, Jürgen Totenhöfer argumentiert ja mit Aufklärung, er sagt, es ist wichtig zu wissen, wie man da vor sich hat, um auch zu wissen, wie man solche Terrororganisationen bekämpft. Ist es richtig, eine solche filmische Plattform dem IS zu widmen? Das denke ich schon. Also die Frage ist immer, wie man es macht. Mich haben so einige Stellen gestört, weil man die Demaskierung, denke ich, hätte man noch geschickter machen können. An manchen Stellen demaskiert sich selber. Also Christian Emte demaskiert sich selbst. Da muss ich nichts kommentieren. Das ist der junge Mann aus Solingen, der dort als Pressesprecher auftritt. Der Punkt ist aber, die Jugendlichen gehen nicht dahin, weil sie nach dem Islam auf der Suche sind. Sondern wir müssen an die Ursachen ran. Warum gehen die Jugendlichen zum IS? Die suchen so eine Art Abenteuerspielplatz. Es gibt ganz unterschiedliche. Es gehen auch welche hin, die einfach mal an einem großen Projekt beteiligt sein wollen. Sie schreiben Geschichte. Sie haben das ja angesprochen mit den Mythen, mit denen gearbeitet wird. Mit den Überlieferungen. Das sind keine, die man hinterfragen kann. Das sind religiöse Überlieferungen, die hinterfragt man nicht. Wenn der Prophet das offenbart hat und prophezeit hat, dass wenn die Armeen in Scham stehen, dass dann der große Endkampf ist, das Kalifat ist wieder da, ich bin jetzt die erste Generation, die Frauen sind die Mütter der ersten Generation, da bin ich Teil eines Riesenprojektes für Jugendliche, die sonst No-Name gewesen wären. Es ist nicht nur das Abenteuer. Christian Emde, der da als Pressesprecher des IS auftritt, ein ehemaliger Eishockeyspieler aus Solingen. Warum ist denn Emde so überzeugt, dass Schiiten getötet werden müssen? Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen für die Zuschauer auch. Das ist ja eine sunnitische Organisation der IS. Die Schiiten sind sozusagen die Konkurrenten innerhalb des... Eine andere Konfession. Eine andere Konfession. Und das sind eigentlich die Hauptfeinde für die Sunniten. Die sind schlimmer noch als Christen und Juden. Und interessant wird ja auch noch gesagt, Christen und Juden dürften bei uns sogar, wenn sie diese Schutzsteuer zahlen, leben, aber Schiiten, die bringen wir alle um. Emde, wie hat der auf Sie gewirkt? Sie haben mit ihm ja relativ viel zu tun gehabt. Er war Ihr Begleiter. Sie haben ihn ja auch mehrfach... Er bin nicht der einzige Begleiter, es waren ja immer ganzer Gruppe dabei. Aber wie hat gerade er gewirkt? Das ist ja etwas ungewöhnlich, da einen Deutschen in einer solchen Funktion anzutreffen. Ja, ich habe ein halbes Jahr meine Sonntage damit verbracht, dass ich mit ihm geskypt habe. Wenn also andere Menschen grillen gegangen sind, habe ich die Vorhänge zugemacht und habe Skype-Gespräche mit Emde geführt. Und für mich ist er Abu Qatah, da hat sich diesen Namen gegeben, also respektiere ich das. Und ich habe ihn gefragt, wie er das rechtfertigt, dass unschuldige Menschen getötet werden, weil der Islam Barmherzigkeit ist, was unsere Menschen nicht wissen. Sie wissen das. Und wir haben immer wieder diskutiert. Ich habe seine Mutter inzwischen, glaube ich, dreimal besucht. Vorher zweimal. Und er hat eine großartige Mutter. Und er war in seiner Kindheit ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und dann kommt irgendwann ein Gehirnwäscher, der sagt ihnen, hast du das Unrecht gesehen in Afghanistan und Irak? Hast du gesehen, wie unsere Kinder und unsere Brüder und Schwestern getötet werden? Und findest du nicht auch, dass dagegen Widerstand angebracht ist? Und das findet er. Und da sage ich sogar, bis zu diesem Punkt kann ich ihn verstehen. Und dann sagt dieser Gehirnwäscher ihm, und du sitzt hier. Dieser Gehirnwäscher ist ein Österreicher. Ein bekannter Österreicher, der inzwischen tot ist. Und er sagt ihm, also, du sitzt hier. Also, auf nach Syrien. Auf in den Irak. Auf, lasst uns kämpfen. Und dann kommt das Seltsame der Gehirnwäscher, was Sie wahrscheinlich am besten verstehen. Dann kommt ein Punkt, wenn die mal gehirngewaschen sind, denken die nicht mehr nach. Und dann glaubt er, er kann eine Unschuldige töten. Dann glaubt er, Sklaverei ist zulässig. Emde war schon lange, bevor der Österreicher nach Solingen kam, war Emde schon lange auf der Spur. Er war ja schon in Großbritannien in Haft, weil er mit Al-Qaida-Magazinen erwischt worden ist. Mit dem Robert Baum zusammen. Ja, ich rede aber von seiner Kindheit. Als Kindheit war er ein Gerechtigkeitsfammer. Nein, ich meine bloß, also, der Gehirnwäscher, der dann aus Österreich, ich weiß, wen Sie meinen, der dann kam. Mohammed Mahmoud. Ja, Mohammed Mahmoud. Der hat ja hier in Berlin mit unserem Desodok zusammen diese Milatu Ibrahim gegründet. Das ist die militante Kameradschaft. Das Entscheidende an dieser Milatu Ibrahim ist, dass das das erste Mal die Materialisierung, also die Formgebung einer radikalen Jugendsubkultur war. Das ist das, was ich immer so Pop-Dschihadismus nenne. Und das ist das, was wir jetzt haben. Zu der Zeit, als Emde anfing, sich zu radikalisieren, wo er noch nach Großbritannien, hatten wir so die Anfänge. Das heißt, wir haben längst nicht mehr die Prediger, selbst nicht die radikal-salafistischen Prediger, sondern es sind junge Leute, wie dieser österreichische Mohammed Mahmoud, wie unser Ex-Rapper Desodok, wie Emde, die die neuen Popstars sind. Und das ist eben das Erfolg auch vom IS. Er hat sich diese Popkultur als Vermittlung der Ideologie zu eigen gemacht. Das heißt, mittels dieser Popstars, mittels der Elemente der Popkultur, gucken sich die Videos an, kurz geschnitten, die MTV-Stilen. Die Videos werden von Solingen gemacht. Das sind die Solinger-Gruppe, die diese Propaganda entworfen hat. Jugendliche Akteure, die wissen, wie die Zielgruppe denkt, wie sie tickt, weil sie selber Teil dieser Zielgruppe waren, weil sie diese gleichen Gefühle hatten. Das heißt, die sprechen sie an, wie große Brüder kleine Brüder ansprechen. Und nicht wie ein Prediger irgendwelche fernen Jugendlichen. Deswegen sind, wir haben heute diese Ideologie als radikale Jugendsubkultur auf jedem Handy, im Telegram, in diesen Apps. Und wenn Eltern heute Fehler machen in der Erziehung von Kindern, was sie immer gemacht haben, über die Jahrhunderte hinweg haben Eltern immer Fehler gemacht, dann ist heute die Alternativlösung, die diesem Jugendlichen dann mal zuhört, als Alternative zu den Eltern im Kinderzimmer. Und deswegen ist heute sozusagen Fehler von Erziehung von Eltern, Brüche, Verlusterfahrung, alles, was Jugendliche so durchmachen in der Entwicklung, hochgefährlich, weil die Alternative sofort da ist. Ich kann mich an eine Szene im Film erinnern, wo Emde ganz zu viel Sand sagt, und wenn Ihnen was zustürzt, dann wird der, der Ihnen was antut, bestraft werden. Und ich glaube, da hat er auch irgendwie die Mundwinkel verzogen. Also das war eine eher süffisante Angelegenheit da für Ihnen. Also es gibt nichts Negatives, was ich über den islamischen Staat nicht sagen würde. Aber ich glaube, eins muss ich auch sagen, Sie haben zwei Zusagen eingehalten. Sie haben mich lebend rausgelassen und Sie haben mir mehr Möglichkeiten für Interviews und für Filme gegeben, als alle Terroristen, die ich vorher gesehen habe. Aber warum haben Sie das getan? Darum hat man Sie mit dem Filmmaterial wieder ausreißen lassen. Sie haben ja auch Filmmaterial, also etwa ein Zehntel gestrichelt. Zum Beispiel eine Sache, nachdem der islamische Staat behauptet, es gäbe keine Bettler im islamischen Staat. Und mein Sohn hat eine Bettlerin fotografiert. Also war das Bild, abends wurde von Dschihadi John gelöscht. Das durfte keine Bettler geben. Oder Sie haben uns bei dem Interview, das ich mit Emde, mit Abu Qatada und einem anderen geführt habe, einen Kämpfer, der in Mosel gekämpft hat. Da wollte Friedrich ein Bild zusammen mit mir haben, als Erinnerung. Es gab ja keine Bilder, er hat immer gefilmt. Und als wir das Bild dann im Auto gesehen haben, sahen wir, dass die ihre Maschinenpistolen uns an den Kopf gehalten haben hinten. Das war auch kein sympathisches Bild für den IS, also wurde das abends gelöscht. Also es sind auch Sachen gelöscht worden, ich würde sagen, ein Zehntel. Aber wir hatten relativ, für mich erstaunlich viel Freiraum. Viel mehr, als ich bei den Taliban hatte. Viel mehr, als bei der islamischen Front. Aber der IS muss damit ja irgendetwas verbunden haben. Hat er denn erwartet, dass Sie möglicherweise auch seine Botschaften mittransportieren? Ungewollt? Also ich glaube, wenn Sie in irgendein Land gehen, wenn ich jetzt in die USA gehe, und ich habe ja in Ihrem Land Ihre führenden Politiker auch kennenlernen dürfen, Weinberg und wie sie alle heißen, Ihre Verteidigungsminister, die haben alle eine Botschaft. Die wollen alle was rüberbringen. Wenn ich nach Kuba eingeladen werde oder in Syrien bin und mit dem Präsidenten spreche, dann will er mir irgendwas verkaufen. Natürlich wollten die was verkaufen. Die wollten verkaufen, wir sind ein Staat. Aber es gibt Leute, die sagen, wir provozieren nur deren Ärger. Peitsche, nein, Zirkelbrot, ja. Ich bin der Meinung, wir müssen immer beides machen. Und dass die Strategie, die jetzt aufgelegt ist, wo die Irakis auch viel mehr machen, als die Amerikaner am Anfang gemacht haben, in einen Staat, Herr Tötenhofer, ich denke schon, Irak ist heute besser als unter Saddam Hussein. Nein, das glaubt aber kein einziger Iraker. Jetzt vielleicht sind Sie der Meinung, Herr Tötenhofer, nach 9-11, trotz Attentat von Sadat und all das, nach 9-11 hätten die Amerikaner sagen sollen, Grenzen zu. Taliban, das ist deren Problem. Ausschießen lassen, in 20 Jahren schicken wir eine Roboterarmee rein. Grenzen zu. Wir müssen keine Sorgen mehr haben über, oder wir sollen uns nicht mehr darum kümmern, den persischen Golf für die Japaner, die Chinesen und die Europäer sicher zu halten. Wir kommen nach Hause. Isolationismus pur. Das haben wir nicht gemacht. Und ich finde, es ist besser. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Normandie war auch kein genialer Schatz. Die Frage, darf ich es mal kurz da einhören, die Landung der Normandie mit dem Irak zu vergleichen. Welche, das Engagement des Westens im Nahen Osten, das ging ja schon in den 1980er Jahren los, in Afghanistan, da waren Sie ja auch damals gewesen, da haben wir ja die Mujahedin ausgestattet, gegen die Sowjetarmee, und die die Waffen dann später auch gegen den Westen gerichtet haben, die sie bekommen haben. Was ist da falsch gelaufen? Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn 2003 nicht im Irak interveniert wäre? Wäre das dann besser gelaufen? Das war ja hier eine Diskussionsgrund. Es wäre nicht besser. Wenn 2003 Saddam Hussein nicht gestürzt worden wäre, auch wenn er ein blutiger Diktator war, der allerdings erst ein Diktator geworden ist, mit so viel Erfolg, nachdem er von den USA sehr stark unterstützt wurde, vor allem im Krieg gegen den Iran in den 1980er Jahren, wenn es diesen Sturz von Saddam Hussein 2003 nicht gegeben hätte, dann würde es heute den islamischen Staat nicht geben. Weder im Irak, noch in Syrien, noch in Libyen hat es auch nur ansatzweise islamistische Gruppierungen von Bedeutung gegeben. Nach den Interventionen und dem Versuch des Regimewechsels in Syrien ist alles zusammengebrochen. Wir haben jetzt weite Flächen, die sozusagen ohne Herrschaft sind, ohne Kontrolle. Und das wirklich Erstaunliche ist, wenn man sich dieses Ganze vergegenwärtigt, man kann ja in der Realität lesen und kann verfolgen, was geschehen ist in den letzten Jahren, die politisch und militärisch Verantwortlichen weder in den USA, noch in Europa, noch in der NATO lernen aus ihren Fehlern, sondern sie bereiten die nächsten militärischen Interventionen vor, insbesondere in Libyen. Das wird der nächste Fokus werden des militärischen Menschen. Aber da hätten wir, wenn der Westen das nicht getan hätte, hätten wir Gaddafi und Saddam Hussein nach wie vor dort fest im Sattel sitzen. Ja, aber die westlichen Staaten haben doch diese Diktatoren mit ihnen jahrelang die besten Geschäfte gemacht. Die Amerikaner haben die Leute, die sie gerne durchgefoltert sehen wollten, liebend gerne zu Gaddafi oder zu Assad geschickt, auf das dort nicht. Also man hat engstens mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Es ist doch ein unglaublicher Unfug zu sagen, also die offizielle Darstellung ist ja häufig die, dass die Amerikaner, dass die westlichen Staaten intervenieren aus humanitären Erwägungen, weil Bashar al-Assad die Menschenrechte nicht achtet in seinem Land, weil er Fassbomben auf seine Bevölkerung wirft. Das alles ist richtig, das tut ja auch aus einem furchtbarer Finger. Aber das ist doch nicht der Grund für militärische Interventionen. Es geht um Geopolitik, es geht um Machtpolitik, es geht um Allianzen, es geht darum, Russland, China klein zu halten, fern zu halten. Es geht darum, den Iran klein zu halten, eine Normalisierung mit dem Iran nach Möglichkeit nicht zu machen. Es ist ein ziemlich schmutziges Geschäft. Und wenn man sich damit näher befasst, dann wird einem wirklich schwindelig. Das heißt, die IS haben wir auch sozusagen mit zu verantworten. Aber ich höre, Sie wollen ein starkes Iran und Sie wollen, dass China mehr Einfluss im Nahen Osten ausübt. Und ich als Europäer möchte weder das eine noch das andere. Ja gut, man kann sich, sagen wir mal, sachlich und nüchtern über gegebene politische Zusammenhänge austauschen. Man kann anonytisch versuchen zu verstehen, was dort passiert. Oder man kann mit ideologisch motivierter Emotionalität vermeiden, überhaupt nur nachzudenken. Und ich bin der Meinung, man sollte diese Dinge ganz nüchtern betrachten. Die Welt ist nicht mehr so, dass wir eine hegemoniale Macht haben. Die USA, die nach ihrem eigenen Gusto, wie nach 1989 lange Zeit, die Welt gewissermaßen nach ihren Vorstellungen ordnen kann. Es gibt andere Akteure in der internationalen Politik, die mehr und mehr auftreten, auch wenn uns deren Verhalten vielfach nicht gefällt, namentlich Russland und China. Aber auch nichtstaatliche Organisationen, die sehr mächtig und einflussreich sind. Google, Amazon und andere, die über Milliardengelder verfügen. Es gibt also eine zunehmende Multipolarität in den internationalen Beziehungen. Und was wir lernen müssen in der westlichen Politik, nach meiner tiefen Überzeugung, ist, die Welt nicht mehr nur zu sehen aus einer imperialen Perspektive, der ganze Kuchen soll uns gehören, sondern wir müssen lernen, auch mit anderen zu teilen und zu sagen, okay, wir müssen uns miteinander austauschen. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir militärische Konfrontationen auf Dauer im Nahen Osten und zunehmend auch mit Russland. Das erklärt ja jetzt letztendlich auch nicht die Attraktivität des IS, die Sie auch angesprochen haben. Aber es erklärt in einer Form meine Schwierigkeit, weil es geht ja darum, Alternativen zu bieten. Wenn der IS attraktiv ist oder dschihadistische Gruppen allgemein, wenn ich mit den Eltern arbeite, geht es ja darum, an die Bedürfnisse der Jugendlichen ranzugehen. Und diese Bedürfnisse werden gerade durch die Radikalen gedeckt. Also wie kann ich sie alternativ decken? Und da habe ich natürlich bei dieser Politik Schwierigkeiten, die Demokratie positiv, als positive Alternative darzustellen. Ich will es gar nicht so in diese große, globale, nur zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr pronunziert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen, letztendlich ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Und da kann ich eben natürlich die Welt nicht schönreden. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, es kommt ja noch ein Aspekt hinzu, den ich sehr wichtig finde. Es ist doch, wenn man es mal ein bisschen pointiert formulieren will, geradezu absurd, dass ausgerechnet salafistische Bewegungen so ziemlich die einzigen sind, die normalen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen in Deutschland oder anderswo in Europa signalisieren, hey, es ist okay, dass du Muslim bist und dass du Deutscher bist. Es ist gut, sei stolz darauf. Du hast sozusagen beide Welten in mir. Aber der Mainstream unserer Gesellschaft, der begegnet ja den Muslimen in diesem Land oder dem Islam nicht mit Neugierde, mit Respekt und mit einer, sagen wir mal, kritischen, differenzierenden Betrachtungsweise, sondern es ist ja eher so ein Gefühl von, ah, wenn die nichts mehr zu tun haben, alles ganz schlimm. Das heißt, Sie sind also doch fast clever im Umgang auch mit diesen Jugendlichen, die es hier bedeuten. Darf ich das? Es gibt 800 Deutsche, glaube ich, im Laufe der Jahre. Das ist die bekannte Zahl. 820 wissen wir. Es gibt eine Dunkelziffer, das wissen wir nicht. Aber gut, diese 800. Es sind aber Jugendliche und nicht Muslime, die sich radikalisieren. Es sind Jugendliche, aber eine ganze Reihe von Mädchen, auch minderjährigen Mädchen. Sind Ihnen die eigentlich begegnet in Mosul? Ich bin mit einer Berlinerin über die Grenze gegangen von der Türkei in den Islamischen Staat. Sie ist inzwischen wieder hier. Und ich glaube, dass der IS den Menschen nicht nur eine Ideologie vorgaukelt, sondern auch massive Lügen erzählt. Das ist es ja. Es ist eine totalitäre. Ich wollte zu Ihrer Frage ganz kurz kommen. Ich komme da drauf. Sie sollten den Leuten, Ihren jungen Leuten die Wahrheit sagen. Sie sollten sagen, dass unsere Demokratie auch gravierende Fehler macht. Und wenn wir völkerrechtswidrige Kriege führen, wie Tony Blair und George W. Bush, dann sollen sie das sagen. Die jungen Leute suchen nach der Wahrheit. Die wollen Menschen, die ihnen die Wahrheit sagen. Und zu ihrer Frage, was die ihnen erzählen. Die erzählen zum Beispiel der IS hier, ihr kommt dort, ihr bekommt wunderbare Wohnungen, Villen. Und ihr bekommt richtig viel Kohle. Und ihr bekommt Mädchen. Die Realität ist, sie wohnen in den schäbigsten Wohnungen, die sie sich vorstellen konnten. Das heißt, da gibt es Kaltwasser, es zieht aus allen Ecken. Da müsste das die Menschen dann auch... Das muss ja nicht schlecht sein. Ein Teil ist deswegen zurückgekommen. Es wird gelogen. Die viele Kohle, der Abu Qatr, den Sie gesehen haben, verdient 50 Dollar im Monat. Und als ich ihn gefragt habe, Entschuldigung, jetzt wird es sehr, sehr, sehr persönlich und ich teile das alles auch nicht, was er gesagt hat. Ich habe gefragt, warum sind Sie nicht verheiratet? Er sagt, ich kann mir das nicht leisten. Aber es wird ihnen vorgelogen. Und dann habe ich gesagt, aber ich lese überall, es gibt Sklavin. Da sagt er, eine Sklavin kostet 1500, ich verdiene 50 im Monat. Das heißt, diese jungen Leute werden nach Strich und Faden auch hier von den Propagandisten angelogen. Sie gehen in eine grauenvolle Welt, sie kriegen eine große Geschichte, eine historische Geschichte. Herr Totenhöfer, fehlt mir in Ihrem Film. Ja, ich kann ja nicht alles da einpacken. Aber Sie kommentieren dazwischen. Das ist das, was mir fehlt. Und mir fehlt auch diese, es ist etwas eindimensional. Wir haben einfach, in dem ganzen Film kommt nicht einmal vor, dass die Zivilisten, die zerbombt werden, massiv von Assad und den Russen zerbombt werden. Die Russen haben das Krankenhaus in Raqqa zerbombt. Es kommt in dem ganzen Film nur, als ob nur die Amerikaner. Diese Eindimensionalität ist das Gefährliche. Wir dürfen die Wahrheit nicht verschweigen. Wir können den Jugend, aber der Konflikt ist komplex. Aber Frau Danschke, ich teile ja in fast allem Ihre Auffassung, aber eindimensional wird in den deutschen Medien ganz anders berichtet. Hier wird nur berichtet, wie die Russen bombardieren. Dass die Franzosen bei einem Angriff auf Raqqa ein Krankenhaus, eine Ziegelei mit 30 unschuldigen Zivilisten getötet haben, dass in Fallujah Tausende von uns zusammengebombt wurden, in Ramadi, dass Ramadi zu 90 Prozent zerstört wird. All das lesen Sie in deutschen Medien. Darf ich ganz kurz noch, wir können ja so richtig diese Aufzählung auch fortsetzen. Was mich noch interessieren würde, Sie sind ja auch mit dem Tode bedroht worden, dort verbal. Man findet Sie überall, egal wo Sie sich in Europa dann verstecken. Das war ja auch kein sehr freundlicher Akt. Wie empfinden Sie diesen Umgang des IS mit Ihnen, mit Ihrer Person, haben die Sie bedroht, erpresst in irgendeiner Weise, versucht dann auch auf Ihre Arbeit Einfluss zu nehmen? Nein, wir hatten nach der Reise noch Kontakt zu Ihnen. Ich habe ja versucht, einen englischen Journalisten freizukriegen. Cameron hat es abgelehnt, zwei Beamte zu mir geschickt und die zwei hohen Beamten haben mir signalisiert, wenn ich aus dieser Befreiungsaktion des britischen Journalisten nicht rausginge, würde ich Schwierigkeiten mit dem englischen Gesetz bekommen. Und wir hatten weitere Kontakte. Abu Qatada schrieb, könntet ihr bitte den Kurden nicht modernere Waffen liefern? Wir kriegen die von den Kurden anschließend und schickt nicht immer eure alten Maschinengewehre dahin. Aber was mich freut ist, und das müsste eigentlich auch Sie freuen, Frau Danske, ich kriege auf Facebook, ich schreibe sehr viel auf Facebook über diese Themen, mehrfach Briefe von jungen Leuten, die gesagt haben, wir haben durch Ihre Lektüre verstanden, dass unser Glaube, wir sollten uns dem AIS anschließend falsch war. Das heißt, man kann sie erreichen. Natürlich kann man sie erreichen. Eine Frage noch ganz am Ende an Herrn Lüders und Herrn Dennissen. Ihre Absicht war ja, das zu entlarven. Ist das gelungen durch den Film? Ja, ich meine schon. Es ist ein wichtiger Film, um zu verstehen, wie die Situation vor Ort sich darstellt. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Ebenen, vor allem die internationale Verflächenunterstützung durch die Türkei und dergleichen. Zeigt der erfolgreiche Staat ohne große Menschennot. Ich finde, das ist ein falsches Bild. Dazu angedeutet, dass am Ende waren die angloamerikanischen Kriege vor allem verantwortlich. Obama. Ja, das kann ich nicht sagen. Und dieses Thema ist ein weites Feld. Der Nahostkonflikt spielt ja auch in der Phönix-Runde immer wieder eine Rolle. Und das wird er auch in Zukunft leider tun. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Das war die Phönix-Runde im Anschluss an die Dokumentation Inside IS. Zehn Tage im Islamischen Staat von Jürgen Totenhöfer. Danke, dass Sie hier waren. Von meinem Sohn. Und von Ihrem Sohn Frederik. Vielen Dank, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bei Phönix. Vielen Dank. Die Erziehung von Kindern, was sie immer gemacht haben, über die Jahrhunderte hinweg haben Eltern immer Fehler gemacht. Dann ist heute die Alternativlösung, die diesem Jugendlichen dann mal zuhört, als Alternative zu den Eltern im Kinderzimmer. Und deswegen ist heute sozusagen Fehler von Erziehung von Eltern, Brüche, Verlusterfahrung, alles was Jugendliche so durchmachen in der Entwicklung, hochgefährlich, weil die Alternative sofort da ist. Ich kann mich an eine Szene im Film erinnern, wo Emde ganz süffisant sagt, und wenn Ihnen was zustürzt, dann wird der, der Ihnen was antut, bestraft werden. Und ich glaube, da hat er auch irgendwie die Mundwinkel verzogen. Also das war eine eher süffisante Angelegenheit für ihn. Also es gibt nichts Negatives, was ich über den islamischen Staat nicht sagen würde. Aber ich glaube, eins muss ich auch sagen, Sie haben zwei Zusagen eingehalten. Sie haben mich lebend rausgelassen und Sie haben mir mehr Möglichkeiten für Interviews und für Filme gegeben, als alle Terroristen, die ich vorher gesehen habe. Aber warum haben Sie das getan? Warum hat man Sie mit dem Filmmaterial wieder ausreißen lassen? Sie haben ja auch Filmmaterial, also etwa ein Zehntel gestrichelt. Zum Beispiel eine Sache, nachdem der islamische Staat behauptet, es gäbe keine Bettler im islamischen Staat. Und mein Sohn hat eine Bettlerin fotografiert. Also war das Bild, abends wurde von Dschihadi John gelöscht. Das durfte keine Bettler geben. Oder Sie haben uns bei dem Interview, das ich mit Emde, mit Abu Qatada und einem anderen geführt habe, einem Kämpfer, der in Mosel gekämpft hat. Und da wollte Friedrich ein Bild zusammen mit mir haben als Erinnerung. Es gab ja keine Bilder, er hat immer gefilmt. Und als wir das Bild dann im Auto gesehen haben, sahen wir, dass die ihre Maschinenpistolen uns an den Kopf gehalten haben hinten. Das war auch kein sympathisches Bild für den IS, also wurde das abends gelöscht. Also es sind auch Sachen gelöscht worden, ich würde sagen ein Zehntel. Aber wir hatten relativ, für mich erstaunlich viel Freiraum. Viel mehr, als ich bei den Taliban hatte, viel mehr als bei der islamischen Front. Aber der IS muss damit ja irgendetwas verbunden haben. Hat er denn erwartet, dass Sie möglicherweise auch seine Botschaften mittransportieren? Ungewollt? Also ich glaube, wenn Sie in irgendein Land gehen, wenn ich jetzt in die USA gehe und ich habe ja in Ihrem Land Ihre führenden Politiker auch kennenlernen dürfen, Weinberg und wie sie alle heißen, Ihre Verteidigungsminister, die haben alle eine Botschaft. Die wollen alle was rüberbringen. Wenn ich nach Kuba eingeladen werde oder in Syrien bin und mit dem Präsidenten spreche, dann will er mir irgendwas verkaufen. Natürlich wollten die was verkaufen. Die wollten verkaufen, wir sind ein Staat. Aber es gibt Leute, die sagen, wir provozieren nur deren Ärger. Peitsche, nein, Zükelbrot, ja. Ich bin der Meinung, wir müssen immer beides machen. Und dass die Strategie, die jetzt aufgelegt ist, wo die Irakis auch viel mehr machen, als die Amerikaner am Anfang gemacht haben, in einen Staat, Herr Dödenhofer, ich denke schon, Irak ist heute besser als unter Saddam. Auseinander austauschen. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir militärische Konfrontationen auf Dauer im Nahen Osten und zunehmend auch mit Russland. Das erklärt ja jetzt letztendlich auch nicht die Attraktivität des IS, die Sie auch angesprochen haben. Aber es erklärt in einer Form meine Schwierigkeit, weil es geht ja darum, Alternativen zu bieten. Wenn der IS attraktiv ist oder dschihadistische Gruppen allgemein, wenn ich mit den Eltern arbeite, geht es ja darum, an die Bedürfnisse der Jugendlichen ranzugehen. Und diese Bedürfnisse werden gerade durch die Radikalen gedeckt. Also wie kann ich sie alternativ decken? Und da habe ich natürlich bei dieser Politik Schwierigkeiten, die Demokratie positiv, als positive Alternative darzustellen. Ich will es gar nicht so in diese große globale, nur zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr prononciert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen letztendlich, ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Und da kann ich ihm natürlich die Welt nicht schönreden. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, es kommt ja noch ein Aspekt hinzu, den ich sehr wichtig finde. Es ist doch, wenn man es mal ein bisschen pointiert formulieren will, geradezu absurd, dass ausgerechnet salafistische Bewegungen so ziemlich die einzigen sind, die normalen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen in Deutschland oder anderswo in Europa signalisieren, sagen, hey, es ist okay, dass du Muslim bist und dass du Deutscher bist. Es ist gut, sei stolz darauf. Du hast sozusagen beide Welten in mir. Der Mainstream unserer Gesellschaft, der begegnet ja den Muslimen in diesem Land oder dem Islam nicht mit Neugierde, mit Respekt und mit einer, sagen wir mal, kritischen, differenzierenden Betrachtungsweise, sondern es ist ja eher so ein Gefühl von, ah, wenn die nichts mehr zu tun haben, alles ganz schlimm. Das heißt, Sie sind also doch fast clever im Umgang auch mit diesen Jugendlichen, die Sie ja bedeuten. Darf ich das? Es gibt 800 Deutsche, glaube ich, im Laufe der Jahre. Das ist die bekannte Zahl, 820 wissen wir, es gibt eine Dunkelziffer, das wissen wir nicht. Aber gut, diese 800. Es sind aber Jugendliche und nicht Muslime, die sich radikalisieren. Es sind Jugendliche, darunter eine ganze Reihe von Mädchen, auch minderjährigen Mädchen. Sind Ihnen die eigentlich begegnet in Mosul? Ich bin mit einer Berlinerin über die Grenze gegangen von der Türkei in den Islamischen Staat. Sie ist inzwischen wieder hier. Und ich glaube, dass der IS den Menschen nicht nur eine Ideologie vorgaukelt, sondern auch massive Lügen erzählt. Das ist es ja, das ist eine totalitäre. Aber ich wollte zu Ihrer Frage ganz kurz kommen, ich komme da drauf. Sie sollten den Leuten, Ihren jungen Leuten die Wahrheit sagen. Sie sollten sagen, dass unsere Demokratie auch gravierende Fehler macht. Es geht darum, Russland, China klein zu halten, fern zu halten. Es geht darum, den Iran klein zu halten, eine Normalisierung mit dem Iran nach Möglichkeit nicht zu machen. Es ist ein ziemlich schmutziges Geschäft. Und wenn man sich damit näher befasst, dann wird einem wirklich schwindelig. Das heißt, die IS haben wir auch sozusagen mit zu verantworten. Na, aber selbstverständlich. Aber ich höre, Sie wollen ein starkes Iran und Sie wollen, dass China mehr Einfluss im Nahen Osten ausübt. Und ich als Europäer möchte weder das eine noch das andere. Ja gut, man kann sich, sagen wir mal, sachlich und nüchtern über gegebene politische Zusammenhänge austauschen. Man kann analytisch versuchen zu verstehen, was dort passiert. Oder man kann mit ideologisch motivierter Emotionalität vermeiden, überhaupt nur nachzudenken. Und ich bin der Meinung, man sollte diese Dinge ganz nüchtern betrachten. Die Welt ist nicht mehr so, dass wir eine hegemoniale Macht haben. Die USA, die nach ihrem eigenen Gusto, wie nach 1989 lange Zeit, die Welt gewissermaßen nach ihren Vorstellungen ordnen kann. Es gibt andere Akteure in der internationalen Politik, die mehr und mehr auftreten, auch wenn uns deren Verhalten vielfach nicht gefällt. Nämlich Russland und China, aber auch nicht staatliche Organisationen, die sehr mächtig und einflussreich sind. Google, Amazon und andere, die über Milliardengelder verfügen. Es gibt also eine zunehmende Multipolarität in den internationalen Beziehungen. Und was wir lernen müssen in der westlichen Politik, nach meiner tiefen Überzeugung, ist, die Welt nicht mehr nur zu sehen aus einer imperialen Perspektive. Der ganze Kuchen soll uns gehören, sondern wir müssen lernen, auch mit anderen zu teilen und zu sagen, okay, wir müssen uns miteinander austauschen. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir militärische Konfrontationen auf Dauer im Nahen Osten und zunehmend auch mit Russland. Das erklärt ja jetzt letztendlich auch nicht die, aber die Attraktivität des IS, die Sie auch angesprochen haben. Aber es erklärt in einer Form meine Schwierigkeit, weil ich muss, es geht ja darum, Alternativen zu bieten. Wenn der IS attraktiv ist oder dschihadistische Gruppen allgemein, wenn ich mit den Eltern arbeite, geht es ja darum, an die Bedürfnisse der Jugendlichen ranzugehen. Und diese Bedürfnisse werden gerade durch die Radikalen gedeckt. Also wie kann ich sie alternativ decken? Und da habe ich natürlich bei dieser Politik Schwierigkeiten, die Demokratie positiv als positive Alternative darzustellen. Ich will es gar nicht so in diese große globale, nur als zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr prononciert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen, letztendlich ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Da kann ich ihm natürlich die Welt nicht schönreden. Wenn ich mich da noch ganz kurz ergänzen darf, es kommt, ich bin der Meinung, man sollte diese Dinge ganz nüchtern betrachten. Die Welt ist nicht mehr so, dass wir eine hege mondiale Macht haben, die USA, die nach ihrem eigenen Gusto wie nach 1989 lange Zeit die Welt gewissermaßen nach ihren Vorstellungen ordnen kann. Es gibt andere Akteure in der internationalen Politik, die mehr und mehr auftreten, auch wenn uns deren Verhalten vielfach nicht gefällt, namens nicht Russland und China, aber auch nicht staatliche Organisationen, die sehr mächtig und einflussreich sind. Google, Amazon und andere, die über Milliardengelder verfügen. Es gibt also eine zunehmende Multipolarität in den internationalen Beziehungen. Und was wir lernen müssen in der westlichen Politik, nach meiner tiefen Überzeugung, ist, die Welt nicht mehr nur zu sehen aus einer imperialen Perspektive, der ganze Kuchen soll uns gehören, sondern wir müssen lernen, auch mit anderen zu teilen und zu sagen, okay, wir müssen uns miteinander austauschen. Wenn das nicht geschieht, dann haben wir militärische Konfrontationen auf Dauer im Nahen Osten und zunehmend auch mit Russland. Das erklärt ja jetzt letztendlich auch nicht die, aber die Attraktivität des IS, die Sie auch angesprochen haben. Aber es erklärt in einer Form meine Schwierigkeit, weil ich muss, es geht ja darum, Alternativen zu bieten. Wenn der IS attraktiv ist oder dschihadistische Gruppen allgemein, wenn ich mit den Eltern arbeite, geht es ja darum, an die Bedürfnisse der Jugendlichen ranzugehen. Und diese Bedürfnisse werden gerade durch die Radikalen gedeckt. Also wie kann ich sie alternativ decken? Und da habe ich natürlich bei dieser Politik Schwierigkeiten, die Demokratie positiv, als positive Alternative darzustellen. Ich will es gar nicht so in diese große globale, nur als zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr prononciert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das, was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen, letztendlich ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Da kann ich ihm natürlich die Welt nicht schönreden. Wenn ich mich da noch ganz kurz ergänzen darf, es kommt ja noch ein Aspekt hinzu, den ich sehr wichtig finde. Es ist doch, wenn man es mal ein bisschen pointiert formulieren will, geradezu absurd, dass ausgerechnet salafistische Bewegungen so ziemlich die einzigen sind, die normalen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen in Deutschland oder anderswo in Europa signalisieren, hey, es ist okay, dass du Muslim bist und dass du Deutscher bist. Das ist gut, sei stolz darauf. Du hast sozusagen beide Welten in mir. Der Mainstream unserer Gesellschaft, der begegnet ja den Muslimen in diesem Land oder dem Islam nicht mit Neugierde, mit Respekt und mit einer, sagen wir mal, kritischen, differenzierenden Betrachtungsweise, sondern es ist ja eher so ein Gefühl von, wenn die nichts mehr zu tun haben, alles ganz schlimm. Und das heißt, Sie sind also doch ganz clever im Umgang auch mit diesen Jugendlichen, die Sie ja betreuen. Darf ich das? Es gibt acht. Ein Zehntel. Aber wir hatten relativ, für mich erstaunlich viel Freiraum. Viel mehr, als ich bei den Taliban hatte, viel mehr als bei der islamischen Front. Aber der IS muss damit ja eine, irgendetwas verbunden haben. Hat er denn erwartet, dass Sie möglicherweise auch seine Botschaften mittransportieren? Ungewollt? Also ich glaube, wenn Sie in irgendein Land gehen, wenn ich jetzt in die USA gehe und ich habe ja in Ihrem Land Ihre führenden Politiker auch kennenlernen dürfen, Weinberg und wie sie alle heißen, Ihre Verteidigungsminister, die haben alle eine Botschaft. Die wollen alle was rüberbringen. Wenn ich nach Kuba eingeladen werde oder in Syrien bin und mit dem Präsidenten spreche, dann will er mir irgendwas verkaufen. Natürlich wollten die was verkaufen. Die wollten verkaufen. Wir sind ein Staat. Aber es gibt Leute, die sagen, wir provozieren nur deren Ärger. Peitsche, nein. Zükelbrot, ja. Ich bin der Meinung, wir müssen immer beides machen. Und dass die Strategie, die jetzt aufgelegt ist, wo die Irakis auch viel mehr machen, als die Amerikaner am Anfang gemacht haben, in ein Staat. Herr Tötenhofer, ich denke schon, Irak ist heute besser als unter Saddam Hussein. Nein. Das glaubt aber kein einziger Iraker. Jetzt vielleicht sind Sie der Meinung, Herr Tötenhofer, nach 9-11, trotz Attentat von Sadat und all das, nach 9-11 hätten die Amerikaner sagen sollen, Grenzen zu. Taliban, das ist deren Problem. Ausschießen lassen, in 20 Jahren schicken wir eine Roboterarmee rein. Grenzen zu. Wir müssen keine Sorgen mehr haben über, oder wir sollen uns nicht mehr darum kümmern, den persischen Golf für die Japaner, die Chinesen und die Europäer sicher zu halten. Wir kommen nach Hause. Isolationismus pur. Das haben wir nicht gemacht. Und ich finde, es ist besser. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Normandie war auch kein genialer Schatz. Die Frage, darf ich es mal kurz da einhalten, die Normandie jetzt, die Landung der Normandie mit dem Irak zu vergleichen, welche, welche, das Engagement des Westens im Nahen Osten, das ging ja schon in den 1980er Jahren los in Afghanistan, da waren Sie ja auch damals gewesen, da haben wir ja die Mujahedin ausgestattet gegen die Sowjetarmee und die die Waffen dann später auch gegen den Westen gerichtet haben, die Sie bekommen haben. Was ist da falsch gelaufen? Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn 2003 nicht im Irak interveniert wäre? Wäre das dann besser gelaufen? Das war ja hier eine Diskussionsgrund. Es wäre nicht besser. Wenn 2003 Saddam Hussein nicht gestürzt worden wäre, auch wenn er ein blutiger Diktator war, der allerdings erst ein Diktator geworden ist mit so viel Erfolg, nachdem er von den USA sehr stark unterstützt wurde, vor allem im Krieg gegen den Iran in den 1980er Jahren, wenn es diesen Sturz von Saddam Hussein 2003 nicht gegeben hätte, dann würde es heute den islamischen Staat nicht geben. Weder im Irak noch in Syrien noch in Libyen hat es auch nur ansatzweise islamistische Gruppierungen von Bedeutung gegeben. Nach den Interventionen und dem Versuch des Regimewechsels in Syrien ist alles zusammengebrochen. Wir haben jetzt weite Flächen, die sozusagen ohne Herrschaft sind, ohne Kontrolle. Und das wirklich Erstaunliche ist, wenn man sich dieses Ganze vergegenwärtigt. Man kann ja in der Realität... Husseinheit. Es glaubt aber kein einziger Iraker. Jetzt vielleicht sind Sie der Meinung, Herr Tötenhöfer, nach 9-11, trotz Attentat von Sadat und all das, nach 9-11 hätten die Amerikaner sagen sollen, Grenzen zu. Taliban, das ist deren Problem. Ausschießen lassen, in 20 Jahren schicken wir eine Roboterarmee rein. Grenzen zu. Wir müssen keine Sorgen mehr haben über... Oder wir sollen uns nicht mehr darum kümmern, den persischen Golf für die Japaner, die Chinesen und die Europäer sicher zu halten. Wir kommen nach Hause. Isolationismus pur. Das haben wir nicht gemacht. Und ich finde, es ist besser. Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Normandie war auch kein genialer Schatz. Die Frage, darf ich es mal kurz da einhalten, die Normandie jetzt, die Landung der Normandie mit dem Irak zu vergleichen. Welche, das Engagement des Westens im Nahen Osten, das ging ja schon in den 1980er Jahren los in Afghanistan, da waren Sie ja auch damals gewesen. Da haben wir ja die Mujahedin ausgestattet gegen die Sowjetarmee und die die Waffen dann später auch gegen den Westen gerichtet haben, die sie bekommen haben. Was ist da falsch gelaufen? Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn 2003 nicht im Irak interveniert wäre? Wäre das dann besser gelaufen? Das war ja hier eine Diskussionsgrund. Es wäre nicht besser gelaufen. Wenn 2003 Saddam Hussein nicht gestürzt worden wäre, auch wenn er ein blutiger Diktator war, der allerdings erst ein Diktator geworden ist mit so viel Erfolg, nachdem er von den USA sehr stark unterstützt wurde, vor allem im Krieg gegen den Iran in den 1980er Jahren. Wenn es diesen Sturz von Saddam Hussein 2003 nicht gegeben hätte, dann würde es heute den islamischen Staat nicht geben. Weder im Irak, noch in Syrien, noch in Libyen hat es auch nur ansatzweise islamistische Gruppierungen von Bedeutung gegeben. Nach den Interventionen und dem Versuch des Regimewechsels in Syrien ist alles zusammengebrochen. Wir haben jetzt weite Flächen, die sozusagen ohne Herrschaft sind, ohne Kontrolle. Und das wirklich Erstaunliche ist, wenn man sich dieses Ganze vergegenwärtigt, man kann ja in der Realität lesen und kann verfolgen, was geschehen ist in den letzten Jahren, die politisch und militärisch Verantwortlichen weder in den USA, noch in Europa, noch in der NATO lernen aus ihren Fehlern, sondern sie bereiten die nächsten militärischen Interventionen vor, insbesondere in Libyen. Das wird der nächste Fokus werden. Aber da hätten wir, wenn der Westen das nicht getan hätte, hätten wir Gaddafi und Saddam Hussein nach wie vor dort fest im Sattel sitzen. Ja, aber die westlichen Staaten haben doch diese Diktatoren mit ihnen jahrelang die besten Geschäfte gemacht. Die Amerikaner haben die Leute, die sie gerne durchgefoltert sehen wollten, liebend gerne zu Gaddafi oder zu Assad geschickt, auf das dort. Also man hat engstens mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Es ist doch ein unglaublicher Unfug zu sagen. Also die offizielle Darstellung ist ja häufig die, dass die Amerikaner, dass die westlichen Staaten intervenieren aus humanitären Erwägungen, weil Bashar al-Assad die Menschenrechte nicht achtet in seinem Land, weil er Fassbomben auf seine Bevölkerung wirft. Das alles ist richtig, das tut er auch aus einem furchtbaren Finger. Aber das ist doch nicht der Grund für militärische Interventionen. Es geht um Geopolitik, es geht um Machtpolitik, es geht um Allianzen, es geht darum, Russland, China klein zu halten, fern zu halten. Es geht darum, den Iran klein zu halten, eine Normalisierung mit denen. Es geht um uns gar nicht so in diese große globale, nur als zwei Beispiele. Ein guter Freund von mir sagt das immer sehr prononciert. Salafismus ist für uns im Moment innenpolitisch das größte Problem. Saudi-Arabien ist außenpolitisch einer unserer wichtigsten Partner. Ägypten, das was wir jetzt unter Sisi haben, ist alles andere als Demokratie. Und das heißt, jetzt habe ich einen Jugendlichen, der sozusagen demokratisch aufgewachsen ist, der aus was für Gründen auch immer in einer totalitären Ideologie sein Heil gefunden hat. Und ich will versuchen, letztendlich ihm doch die Demokratie, das freiheitliche Leben wieder schmackhaft zu machen, dass es ihm was bringt. Ja, dass von ihm auch keine Gefahr für andere ausgeht. Da kann ich eben natürlich die Welt nicht schönreden. Ja. Wenn ich mich da noch ganz kurz ergänzen darf. Es kommt ja noch ein Aspekt hinzu, den ich sehr wichtig finde. Es ist doch, wenn man es mal ein bisschen pointiert formulieren will, geradezu absurd, dass ausgerechnet salafistische Bewegungen so ziemlich die einzigen sind, die normalen Muslimen, auch jugendlichen Muslimen in Deutschland oder anderswo in Europa signalisieren, sagen, hey, es ist okay, dass du Muslim bist und dass du Deutscher bist. Es ist gut, sei stolz darauf. Du hast sozusagen beide Welten in mir. Der Mainstream unserer Gesellschaft, der begegnet ja den Muslimen in diesem Land oder dem Islam nicht mit Neugierde, mit Respekt und mit einer, sagen wir mal, kritischen, differenzierenden Betrachtungsweise, sondern es ist ja eher so ein Gefühl von, ah, wenn die nichts mehr zu tun haben, alles ganz schlimm. Und das heißt, Sie sind also doch ganz clever im Umgang auch mit diesen Jugendlichen, die es hier betreuen. Darf ich das sagen? Es gibt 800 Deutsche, glaube ich, im Laufe der Jahre. Das ist die bekannte Zahl. 820 wissen wir. Es gibt eine Dunkelziffer, das wissen wir nicht. Aber gut, diese 800. Es sind aber Jugendliche und nicht Muslime, die sich radikalisieren. Jugendliche, darunter eine ganze Reihe von Mädchen, auch minderjährigen Mädchen. Sind Ihnen die eigentlich begegnet in Mosul? Ich bin mit einer Berlinerin über die Grenze gegangen von der Türkei in den Islamischen Staat. Sie ist inzwischen wieder hier. Und ich glaube, dass der IS den Menschen nicht nur eine Ideologie vorgaukelt, sondern auch massive Lügen erzählt. Das ist es ja. Das ist eine totalitäre. Aber ich wollte zu Ihrer Frage ganz kurz kommen. Ich komme da drauf. Sie sollten den Leuten, Ihren jungen Leuten die Wahrheit sagen. Sie sollten sagen, dass unsere Demokratie auch gravierende Fehler macht. Und wenn wir völkerrechtswidrige Kriege führen, wie Tony Blair und George W. Bush, dann sollen Sie das sagen. Die jungen Leute suchen nach der Wahrheit. Die wollen Menschen, die Ihnen die Wahrheit sagen. Und zu Ihrer Frage, was die Ihnen erzählen. Die erzählen zum Beispiel der IS hier, ihr kommt dort, ihr bekommt wunderbare Wohnungen, Villen. Und ihr bekommt richtig viel Kohle. Und ihr bekommt Mädchen. Die Realität ist, sie wohnen in den schäbigsten Wohnungen, die sie sich vorstellen konnten. Das heißt, da gibt es Kaltwasser, es zieht aus allen Ecken, die Fans sehen. Das muss ja nicht schlecht sein. Ein Teil ist deswegen zurückgekommen. Es wird gelogen.